Der Waffenhändler Jose Constanzo Razer 6-4 muss das feindliche Territorium unentdeckt infiltrieren und zu den alten Ruinen vorrücken, um Constanzo zu eliminieren. Mother 2, hier Razer 6-4. Ich bin vor Ort und kundschafte das Gebiet aus. Unseren Informationen zufolge wird sich der bekannte Waffenhändler in dem nahegelegenen Hafen aufhalten. Ihr Auftrag ist es, das Ziel zu eliminieren. Die alten Ruinen sind der einzig sichere Ort für den Schuss. Sie müssen sie erreichen, ohne entdeckt zu werden. Wenn sie Alarm auslösen, werden die die Patrouillen verstärken oder die Aktion ganz abblasen. Das Ziel wird am späten Nachmittag mit einer Yacht eintreffen. Sobald er von Bord geht, warten gepanzerte Fahrzeuge auf ihn. Ihnen bleiben also nur wenige Sekunden für ihren Schuss. Viel Glück, Soldat! Verstanden. Bin unterwegs. Out. Verstanden. Bin unterwegs. Drugs wurde ein. Ying sind zu viel. Früher wurde ein. Drugs wurde ein. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die Diablos! 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 Dieablos! Die Diablos! Die Diablos! Dieablos! 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 Dieablos!